La-la-la-la-la-la-la-la-la-la Ja, ich fuhr mal nachts auf der Autobahn A92 München Richtung Deggendorf, war so ein Uhr nachts auf Höhe Landshut, überholte mich plötzlich ein, dunkler Audi, man denkt sich nichts Böses, plötzlich schert er vor mir ein und ich sehe in dessen Heckscheibe eine Leuchtreklame, bitte folgen Sie uns. Und geistesgegenwärtig, wie ich als Niederbauer nun mal bin, morse ich mit dem Fernlicht zurück. Muss morgen früh raus. Ein andermal gerne. Ihr werdet es nicht glauben, die blieben hartnäckig. Nächste Leuchtreklame, Fahrzeugkontrolle. Denk mir, mitten in der Nacht, das ist ein Service. Vielen Dank. Kein Bedarf. TÜV bis 99. Nächster Ölwechsel erst nach 3000 Kilometern. Lese ich dann als nächstes allen Ernstes Polizei. Und da denke ich mir, da könnte jeder daherkommen. Sehr angenehm. Ich darf mich vorstellen, Lothar Matthäus. Klammer auf. Könnt jeder daherkommen. Klammer zu. Beginnt da, war mir der Beifahrer, ganz hysterisch mit seiner Kelle zu winken. Wie ein Narrischer. Und das war für mich so der Moment, da haben wir gedacht, Mensch, irgendwas stimmt davor nicht. Kann ich euch irgendwie behilflich sein? Kam die nächste Leuchtreklame. Sofort anhalten. Gut, dann sind wir rausgefahren auf die Standspur. Der Beifahrer sprang gleich raus mit Taschen und Pistole im Anschlag. Und schon standen zwei gut gebaute Herren neben mir. Führerschein, Kfz-Papiere. Ich gebe ihm beides. Beginnen die zwei auf einmal zu tuscheln. Du, mich schau dir das mal an. Du, du hast doch schon mal so einen komischen Mann gelesen. Du weißt du, was ich dir sage, wenn mich nicht alles täuscht, dann ist das ein Fremder. Äh, wo kommen sie denn her? Von der Jutta. Nein, ich meine, wo fahren sie denn hin? Heim? Ja, ich sehe jetzt gar nichts raus aus dem Führerschein. Was haben sie bei uns da eigentlich für einen Status? Status? Heimfahrer? Nein, Mann, das bringt uns jetzt nicht weiter. Können Sie sich ausweisen? Ausweisen darf nur der Innenminister, der muss einen sehr guten Grund haben. Nein, Mann, jetzt machen wir es mal ganz einfach. Dürfen Sie hierbleiben? Nein. Ja, warum nicht? Das ist Standspur.